Die vier Etage ist leider gesperrt. Bau 1980 und er wurde wohl modernisiert. Hier waren mal diese Schlösser, die wurden aufgebaut für den Kennerschloss und auch für die vier Etage, beziehungsweise Dachgeschoss. Der Kennerschloss ist auch gesperrt und auch der linke Zugang zum Erdeschloss. Der Kennerschloss ist auch gesperrt. Der Kennerschloss ist auch gesperrt. Der Kennerschloss ist auch gesperrt.